Hallo ihr Lieben, heute geht es um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit und ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass ihr euch die Zeit nehmt, offen und neugierig diesem Interview zu lauschen. Heute geht es nämlich um den Hauptsaboteur deiner Liebesfähigkeit, deiner Freude und deiner Lebensqualität. Heute geht es um den Killer all deiner Beziehungen, sowohl zu dir selbst, zu anderen Menschen als auch zum Allschöpfer. Es geht nämlich um die negativen Auswirkungen von schlechten Beziehungen, genauer gesagt um die neurobiologischen Abläufe innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, dass ich dich, Raik, dafür gewinnen konnte, nochmal gesondert über dieses für mich wirklich wichtige Schlüsselthema zu sprechen. Und mit deiner Fähigkeit, laserstrahlartige Klarheit in hochkomplexe Themen zu bringen, kann ich mir überhaupt keinen besseren Gesprächspartner vorstellen. Darüber hinaus bist du für mich ein ganz besonderer Mensch. Freund und Verbündeter in diesen hochkomplexen, spannenden und auch herausfordernden Zeiten. Raik, es ist so schön, dass du da bist und danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit nimmst, über dieses Thema zu sprechen. Also es kann nur brillant werden und ich bin mir sehr sicher, dass da für die Zuhörer extrem viele augenöffnende Aha-Momente entstehen. Und für alle Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, als unglaublich großherzige und menschliche Wissensdatenbank mit all deinen bereichernden Interviews, wunderbaren Online-Kursen und wertvollen Tipps, Grund um das Thema Leben und Gesundheit und dann auch noch häufig kostenlos, könntest du dich bitte noch kurz vorstellen? Deine Kanäle verlinke ich selbstverständlich in den Shownotes. Ja, ich will da gar nicht so viel zu sagen. Also ich nenne mich ja der Gesundheitslehrer und das mache ich jetzt schon einige Jahre und mein Ziel ist es, Menschen darin zu unterstützen, ihre Gesundheit zu bewahren, ihre Gesundheit wiederherzustellen. Und Gesundheit ist für mich die Basis für ein selbstbestimmtes Leben, neben letztendlich auch Bildung. Also Gesundheit und Bildung, das sind so die Bereiche, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige, wo ich für mich selbst erkannt habe. Ohne das geht es nicht. Bildung ist der Schlüssel und wenn du nicht gesund bist, was Gesundheit dann auch in meinem Verständnis ist, das denke ich werden wir auch heute nochmal hier auch anreißen, dann bringt dir auch das Wissen nichts. Also du brauchst beides und das ist das, wofür ich mich einsetze, weil ich einfach erkannt habe, ich komme ja auch aus der Medizin, habe Medizin studiert, bin ein studierter Arzt, aber so wie das System aktuell funktioniert, dass es sich nur auf die Krankheit konzentriert, das ist nicht meins. Wir haben genug Krankheitsexperten da draußen, es fehlen die Gesundheitsexperten und ich bin angetreten, um Menschen in ihre Kraft zu bringen, um Menschen das Wissen zu vermitteln, was ihnen hilft, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, in Gesundheit, in Fülle, in Glück und das ist so ganz schnell umrissen und wer mehr wissen will, kann ja gerne auf meine Blogseite mal schauen, auf dem YouTube-Kanal da. Also die Themenauswahl ist doch sehr breit, wirkt zumindest so im ersten Moment, auf der anderen Seite wiederum nicht, weil es geht im Kern eigentlich immer nur um den Menschen und der Mensch ist nun mal komplex, der Mensch ist vielseitig orientiert. Ja, dazu gehören eben verschiedenste Bereiche, angefangen bei der Geschichte, über die Gesundheit, über seine Beziehungsfähigkeit, über die Art, wie er mit Kindern umgeht und so weiter und so fort, Kosmologie, wo wir uns eigentlich hier befinden, auf was für einem Planeten und so weiter. Das sind alles so Themen, mit denen habe ich mich halt viele Jahre systematisch beschäftigt und bringe das jetzt in einer aufbereiteten, verständlichen Form einfach den Menschen näher, die sich dafür öffnen und interessieren. Ja, also eben, ich werde die Kanäle von dir auf jeden Fall verlinken und auch den wertvollen Online-Kurs, der zu diesem Thema passt, finde deine Bestimmung, Selbsterkenntnis und ja, und bevor wir beginnen, möchte ich zur allerwichtigsten Frage kommen. Wie genau schaffst du das eigentlich alles? Also dieses Motiv, was treibt dich tief in deinem Innersten eigentlich an, das alles zu meistern? Du lieferst den Menschen so unfassbar viel Wissen, unbezahlbar wertvollen Content und zum größten Teil auch noch kostenlos. Also du gibst den Menschen so viel und gerade auch jetzt, wenn es um das heutige Thema geht, Bindung. Was treibt dich da an? Ich würde sagen, es ist einerseits mein Forschergeist und andererseits die Liebe zum Leben, würde ich so sagen. Und weil ich verstanden habe, wodurch das Leid in der Welt entstanden ist und was man dagegen tun kann. Und ich sehe mich ja auch verbunden mit vielem und weil ich auch verstanden habe, selbst wenn es mir allein nur gut geht und ich sehe das Leid in der Welt, dann kann ich nicht ruhig sitzen bleiben. Das geht für mich nicht. Und ich habe halt auch nach Wegen gesucht, ich sage mal, in meinem Umfeld zu wirken, um auch das Leid zu mindern und das Glück zu mehren. Und das war auch ein Grund, warum ich Medizin studiert habe, weil ich einfach besser verstehen wollte, wie der Mensch funktioniert und was erforderlich ist, um lange gesund und glücklich zu leben. Und ich habe zwar in diesem Studium nicht so viel darüber gelernt, aber ich habe trotzdem dann weitergemacht, weil ich gemerkt habe, okay, dann ist es halt nur eine Episode in meinem Leben gewesen, dann muss ich mir halt das aneignen, was ich im Studium nicht gelernt habe. Ich bin also ein klassischer Autodidakt und ich beschäftige mich mit Themen immer sehr tiefgründig, wenn sie mich interessieren, das ist die Voraussetzung. Und so habe ich halt systematisch so viele Themengebiete mir erschlossen, die letztendlich aber alle nur dazu dienen, dass der Mensch sich selbst besser versteht oder erst mal sagen mal, ich mich selber besser verstehe, aber dann eben auch, wenn ich das mit anderen Menschen teile und das sehe ich auch und ich habe auch schon so viele tolle Begegnungen gehabt, wo ich gemerkt habe, dass Wissen aus dem Herzen heraus den Unterschied ausmacht. Ja. Deswegen, es ist die Liebe zum Leben, es ist die Liebe zum Menschen und es ist einfach mein Forschergeist, der nicht ruhen kann. Das ist eine perfekte Überleitung, da war schon so viel drin über das Thema Liebe, über das Thema Verbundenheit und sich nicht getrennt sehen, so nach dem Motto, was nützt es, wenn es mir gut geht und um mich herum versinkt alles, da habe ich auch nichts von. Und genau das ist es, worum es ja heute geht, zu verstehen, dass wir eben nicht getrennt voneinander sind. Und wie das genau funktioniert, wirst du uns ja jetzt erklären. Also das Thema, wir beginnen mit der ersten wichtigen Frage. Raik, was sind denn die wichtigsten Grundlagen unserer zwischenmenschlichen Bindungsbiologie? Ja, ich werde das Thema mal, ich habe mir auch überlegt, wie man dieses Thema am besten verpackt. Ich werde das mal so ganz groß machen. Also ich fange im Kosmos an und höre im Kochtopf auf, wie Ayurveda immer sagt. Also ich versuche jetzt mal wirklich einen großen Spagat zu machen. Ich stelle jetzt einfach mal eine Behauptung auf und werde die dann als Grundlage benutzen, um daraus alles andere zu entwickeln, damit es nachvollziehbar ist. Die Behauptung, die ich jetzt aufstelle, lautet, alles im Kosmos ist Beziehung. Beziehung, beziehungsweise alles ist miteinander verbunden, weil Beziehung ist ja nichts anderes als ein wechselseitiger Austausch von Energie und Information. Man könnte auch sagen, Beziehung ist eine gegenseitige Bindung, die man eingeht. Das ist erstmal so die Voraussetzung. Also ich nenne das mal ein grundlegendes Aktion, also eine Grundwahrheit, auf der letztendlich alles andere aufbaut. Und jetzt kommen wir im Grunde auch schon zu meinem Gesundheitsverständnis, was unmittelbar sich daran anschließt. Und das Spannende ist jetzt, ich bin auf diese Erkenntnis gekommen, dieses Verständnis, was Gesundheit für mich ist. Bevor ich das, sage ich mal, durch wissenschaftliche Studien untermauert bekommen habe, ist ganz spannend. Also ich habe so eine Wiedereingebung gehabt. Für mich ist Gesundheit etwas, was sich nur aus drei Worten definiert. Die werde ich gleich mal ein bisschen erläutern. Gesundheit ist für mich die Qualität oder Beschaffenheit deiner Beziehungen. Und zwar auf drei Ebenen. Einmal die Beziehung zu dir selbst, die Beziehung zu deinen Mitmenschen, Mitgeschöpfen und die Beziehung zum Schöpfer. Wobei, man muss dazu sagen, die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu deinen Mitmenschen. Warum? Wenn ein Kind geboren wird, unreif, dann ist es 100 Prozent von seinen Bindungsbezugspersonen abhängig, sprich seinen Eltern, Mama und Papa. Das heißt, diese erste Beziehung, die ein Mensch mit seinen Mitmenschen eingeht, also sprich in der Familie, in die er hineingeboren wurde, prägt ihn maßgeblich in der Art und Weise, wie er die Beziehung zu sich selbst aufbaut, also die erste Beziehungsebene, aber auch die Beziehung zum Schöpfer, sprich was für ein Weltbild dieser Mensch entwickelt. Das heißt, die Bindungsbeziehung zu seinen wichtigsten Bezugspersonen, also Mama, Papa und eben die Familie, prägt diesen Menschen maßgeblich. Deswegen kann man auch so weit gehen zu sagen, dass die Eltern-Kind-Beziehung, das ist der Kernbereich jeder menschlichen Gesellschaft. Und wenn dieser Kernbereich in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt ist oder beeinträchtigt wurde, dann ist diese Gesellschaft auch beeinträchtigt bzw. krank oder schlimmer noch, sie zerfällt. Momentan sehen wir das in unserer westlichen Kultur. Da musste man also genauer hinschauen. Man könnte auch so weit gehen zu sagen, dass die heutigen Probleme, die die Menschheit haben, diese Menschheitsprobleme, nennen wir es mal so, nichts anderes sind als Beziehungs- und Bindungsprobleme, die wiederum eigentlich nichts anderes sind als Kindheitsprobleme. Wow, was für ein Schlüsselsatz. Kannst du den nochmal wiederholen, bitte? Der ist so gut. Gerne. Also die heutigen Menschheitsprobleme, was wir da draußen sehen, wo Kriege entstehen, wo alle sich fragen, woher kommt das? Die tiefer liegende Ursache sind Beziehungs- und Bindungsprobleme und die wiederum sind in der Kindheit zu suchen. Sprich, es sind Kindheitsprobleme. Das ist sozusagen die Kausalkette, die man einfach mal zurückverfolgen muss. Wenn man das begriffen hat, weiß man auch, der Schlüssel für alles in jeglicher Hinsicht, sei es in eine Wohlstandsgesellschaft, wo es allen gut geht oder in eine Gesellschaft, die vor unseren Augen gerade zerfällt, sind immer die Kinder. Der Umgang, die Erwachsene, also sprich Eltern, mit ihren Kindern umgehen. Deswegen sage ich, Kernbereich ist die Eltern-Kind-Beziehung. Das heißt, die zweite Ebene in meiner Definition von Gesundheit, die Qualität zu deinen Mitmenschen bestimmt, während du in der Prägezeit heranreifst, wie die Beziehung zu dir selber sich entwickelt, ob du dich selber lieben kannst, weil du musst ja quasi erstmal die Liebe von außen erfahren, ich sage mal diese Bindungssättigung erfahren, damit du dich auch selber annehmen kannst, damit du ein Urvertrauen aufbaust, beziehungsweise aus dem Urvertrauen auch ein Selbstvertrauen aufbaust und natürlich auch eine Beziehung zur Umwelt, zum Kosmos entwickelst. Und das Maßgebliche ist, sage ich mal, die Mutter-Kind-Beziehung in den ersten Jahren. Die ist so entscheidend. Und wenn die gestört wird, dann ist die Beziehung desjenigen zu sich selbst gestört. Davon reden wir dann im Zusammenhang von Normopathie, also Natur- und Selbstentfremdung. Und die Beziehung zur geistigen Quelle ist auch gestört. Und dann kommen da solche Verwerfungen heraus wie der Atheismus. Nach dem Motto, also ein Weltbild, das sagt, die Welt ist ein Zufallsprodukt, per Zufall aus dem Nichts entstanden. Es gibt keinen höheren Plan, das Chaos regiert und so weiter. Der Mensch ist das Endprodukt einer, wie auch immer gearteten, über lange Zeiträume ablaufenden Affenevolution und so weiter und so fort. Dieser ganze Irrsinn, den wir heute noch als Grundannahmen haben, in der Biologie, in der Physik und so weiter, also die Grundfesten unseres Weltbildes, haben damit zu tun. Weil die Basis, die Bindungsbeziehung zwischen Eltern und Kindern in der wichtigen Prägezeit gestört wurde. Das ist eine kühne Behauptung, aber das werde ich jetzt im Laufe... Nee, kann ich bestätigen. Du wirst es ja erklären. Ich werde es auch erklären. Und jetzt kommt noch was sehr Spannendes, was ich sagte. Ich habe diese ganzen Zusammenhänge, die ich jetzt dir so erläutert habe, schon gehabt, bevor ich eine Bestätigung durch eine Langzeitstudie bekommen habe. Also es gibt diese Arbeitsstudie seit 1938. Die läuft also jetzt, wir sind jetzt im Jahr 2024, seit 86 Jahren. Und dort wurde einfach untersucht, welche Faktoren eben entscheidend sind für Gesundheit, Langlebigkeit und ein glücklich erfülltes Leben. Und der wichtigste Einzelfaktor, den man dort herausgefunden hat, der sich herauskristallisiert hat, war positive Beziehungen. Positive menschliche Beziehungen. Das war der wichtigste Faktor. Natürlich Ernährung und ein paar andere Sachen auch. Aber der wichtigste, wirklich der wichtigste Einzelfaktor waren positive Beziehungen. So, jetzt muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass einfach durch eine Studie, eine empirische Studie, Langzeit angelegt, über mehrere Generationen uns zeigt, was die Biologie ja schon weiß. Wir sind soziale Bindungswesen. Ja. Und das ist unsere Natur. Und wenn wir diese Natur durch was auch immer leugnen oder verleugnen oder meinen, wir können uns davon abheben irgendwie, dann fallen wir ganz schön damit auf die Nase. Wie man ja sehen kann. Wie man ja sehen kann, ganz genau. Wie man ja sehen kann. Also wir sind soziale Bindungswesen. Unsere menschliche Natur ist eine Bindungsnatur. Und aus dieser Bindung, aus dieser Urbindung, die wir aufbauen als Säuglinge zu den Eltern, vor allem zur Mutter, entsteht später auch unsere Beziehungsfähigkeit. Und jetzt schau dir mal an, wie die Beziehungen, wie es um die Beziehungen gestellt ist. Extrem hohe Scheidungsrate. Ich sage mal, sogenannte hohe Promiskuität. Also ständig wechselnde Partner, in der Hoffnung, irgendwie vielleicht da die Erfüllung zu finden. Viele Menschen sind nicht mehr wirklich tief bindungsfähig oder tief beziehungsfähig. Und die Ursachen liegen genau in dieser gestörten Eltern-Kind-Beziehung in den prägenden Jahren. Da muss man wirklich hinschauen. Das ist alles bekannt. Also wenn man jetzt in der Fachwelt sich umschaut. Es ist aber noch nicht irgendwie in den Mainstream so eingetaucht, dass wirklich da mal geschaut wird. Es werden immer nur Symptome, also Auswirkungen diskutiert. Aber diese tieferen Ursachen, die guckt sich kaum jemand an. Und ich denke, deswegen sollten wir heute darüber sprechen. Das heißt, die Bindungsfähigkeit, die ein Mensch aufbaut, in der Phase der Prägung mit seinen Eltern, entscheidet später auch über die Beziehungsfähigkeit. Man muss ja verstehen, ein Kind oder ein Mensch, ich versuche es mal ganz klassisch zu erklären, warum das so ist. Wir werden als Menschen, als biologische Wesen, werden wir unreif geboren. Das müssen wir, weil wir sonst zu groß wären. Sonst müsste die Mutter uns zwei Jahre austragen. Und dann werden wir viel zu groß, um über den natürlichen Geburtskanal geboren zu werden. Das heißt, die Natur hat das dann so eingerichtet. Sie hat sich gesagt, na gut, ich lasse euch schon früher raus, aber ich gebe euch sozusagen eine äußere Gebärmutter an die Hand. Und das ist die Familie, das sind die Bindungsbezugspersonen. Das heißt, du verlässt den Schoß der Mama, die innere Gebärmutter, damit du überhaupt rauskommst. Weil wenn du wieder zu lange drin bist, dann würde es nicht gehen. Du kommst jetzt also in die Außenwelt. Die Außenwelt besteht eben aus Mama, Papa und vielleicht noch Geschwistern und anderen wichtigen Bezugspersonen, die sich um dich kümmern, 100 Prozent. Die übernehmen quasi die Aufgabe der Gebärmutter. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, von unserer Biologie her, wir brauchen Bindungsbeziehungen, um überhaupt zu überleben. Warte mal, also eine innere und eine äußere Gebärmutter. Genau. Wie genial ist das denn? Allein dieses Bild. Ja, und da kann auch der Papa schon eine Menge mitmachen. Der Papa kann ja auch Teil der äußeren Gebärmutter sein, sollte ja auch sein. Also das ist eben da nicht mehr nur Angelegenheit von Mama. Hauptsächlich ja. Aber da können eben auch die Väter sich mit beteiligen. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Erfahrung, die sie machen können. Zumal ja Bindung auch unsere Herzqualität stärkt und fördert. Das ist sehr wichtig. Hormone, alles. Ja. Ja. Das heißt, wir werden also jetzt im Kontext von diesen Bindungsbeziehungen wird unsere Psyche geprägt. Und vielleicht nochmal auch, um es klar zu machen, wofür braucht der Mensch die Psyche? Eigentlich nur für zwei Dinge. Nämlich Selbsterhaltung und Arterhaltung. Das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man menschliches Verhalten im Kontext der Gruppe verstehen möchte. Selbsterhalt bedeutet, wenn zum Beispiel das Überleben durch was auch immer gefährdet ist, da kommen wir noch zu, wenn es um Trauma geht, dann startet die Natur ihre entsprechenden Überlebensprogramme, ihre, man könnte sagen, ihre Trauma-Bewältigungsstrategien, also im Erreich der Psyche. Zum Beispiel, dass hochdramatische Situationen einfach abgespalten werden, damit man nicht das ständig fühlen muss, damit man überleben kann. Genauso geht es aber auch im Kontext von partnerschaftlichen Beziehungen letztendlich darum, die Art zu erhalten. Also sprich, wieder Nachkommen zu zeugen und sich um die zu kümmern. Das sind unsere primären biologischen Funktionen unserer Psyche. Auch mal interessant. Da kann man jetzt rumphilosophieren, aber Biologie, also Partnerschaft, Sexualität im Sinne der Arterhaltung und Selbsterhalt im Sinne von Überlebensprogrammen, also Trauma-Bewältigungsstrategien. Weil viele Menschen sind traumatisiert und haben aufgrund der Traumata in der Kindheit im Bereich der Bindung entsprechende Bewältigungsstrategien entwickelt, die sich in einem ganz bestimmten Verhalten zeigen. Und die Gesellschaft ist voll von Menschen, die bindungstraumatisiert sind, wenn man weiß, woran man das erkennen kann. Deswegen betone ich das so. Ja, mir wird nur gerade, ich möchte nochmal so auch für die Zuhörer betonen, alleine die Tatsache, dass wir ja zunehmend Single-Haushalte haben. Und es ist ja auch noch cool ist sogar. Und ich alleine, ich brauche niemanden. Das ist ja so verbreitet und es wird ja unter diesem pseudoerstrebenswerten Ziel Individualismus und also wird es uns verkauft und schmackhaft gemacht. Und wenn man genau zuhört und verstehen kann, was du da sagst, wie groß das ist, was du da sagst, versteht man sofort, warum hier immer mehr Menschen unzufrieden und auch krank werden. Aber das wirst du ja auch noch genauer erklären. Weil da so viel drin ist schon an dem, was du sagst. Ja, ja, ja. Innere, äußere Gebärmutter. Auf jeden Fall. Und dass wir unreif zur Welt kommen und dass wir quasi nackig in eine äußere und bedürftig und abhängig in eine äußere Gebärmutter kommen, die einfach nicht vorhanden ist. Das wirst du ja gleich noch genau erklären. Aber ich wollte das nochmal markieren, wie wichtig das ist, dieser Aspekt. Ja. Jetzt geht es ja weiter. Der Mensch kommt ja mit bestimmten Bedürfnissen auf die Welt. Das erste Hauptbedürfnis ist das Bedürfnis nach Kontakt und nach Bindung. Äußere Gebärmutter. Wenn dieses Bedürfnis ausreichend stark befriedigt wurde, also man könnte sagen, das ist unsere Verwurzelung in der physischen Welt, entsteht ein zweites Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Autonomie, Selbstbestimmung und Freiheit. Es kommt ganz natürlich. Wenn das erste Bedürfnis nach Bindung und Sicherheit und Gebundenheit und Geborgenheit und Nähe gestillt wurde, kommt ab einem bestimmten Punkt, wenn da eine Sättigung erreicht wurde, entsteht das Bedürfnis nach, ich erkunde jetzt mal die Umgebung. Ich möchte auch erleben, was es hier gibt. Das ist sozusagen der Bereich, wo Kinder anfangen, Flügel zu entwickeln, Autonomieverhalten zu zeigen. Das muss man erst mal verstanden haben. Das ist also sozusagen ein Prozess, der sich in der Prägezeit abspielt. Die ersten Jahre ganz stark Bedarf nach Bindung, ab und zu auch mal so ein bisschen Autonomie, klar, so vielleicht ab drei, drei Jahren vielleicht geht es langsam los. Aber immer wieder, immer dieses Hub 8, wo ist Mama, wo ist Papa, okay, alles gut. Und dann immer wieder so ein bisschen die Welt erkunden und so weiter. Das wird natürlich immer mehr, je stärker die Bindung auch gesättigt wird. Wenn das Kind sich immer versichern kann, Eltern sind in der Nähe, passiert nichts, alles ist gut, ich werde versorgt, ich erlebe hier etwas wie Zuverlässigkeit, quasi einen festen Rahmen, in dem wirklich alles immer für mich gesorgt wird, dann kann das Kind nämlich sich entspannen. Und das Interessante ist, die Natur hat es sehr genial gemacht. Die Natur hat uns im Grunde für die biologische Entwicklung oder Menschwerdung gibt es drei Schritte. Und das ist wie auch Biologie, das ist nicht Ideologie und nicht irgendwas anderes, sondern das ist Biologie. Und der erste Schritt heißt, das Kind muss zuerst Bindungssatz sein. Das ist der erste Schritt. Durch einfach Fürsorge. Es müssen einfach Menschen da sein, die das Kind mögen und sich um das Kind kümmern. Da geht es nicht nur um, dass das Kind zu essen hat, es geht um diese menschliche Zuwendung, Liebe, Streicheln, Augenkontakt, Blickkontakt, Freundlichkeit. Das ist eigentlich, was das Kind nährt. Also der Bindungsakku, der muss voll sein. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe der natürlichen Entwicklungsreihenfolge des Menschen wäre dann, wenn diese Sättigung erreicht ist und da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, weil es gibt sechs Stufen der Bindung. Das ist ganz wichtig. Wenn man die verstanden hat, dann versteht man plötzlich das ganze menschliche Verhalten da draußen viel besser. Wenn also diese Sättigung erreicht wurde, kann die Natur den nächsten Schritt für uns machen, nämlich sie führt das Kind in die Reifung. Das heißt, ein Kind, das das Gefühl von Sicherheit, von Schutz, von Geborgenheit jeden Tag erlebt, dessen Nervensystem reift schneller. Das heißt, es kommt dann zur Reifeentwicklung. Mit der Reifeentwicklung gehen drei wichtige Punkte einher. Nämlich die sogenannte Emergenz, die sogenannte Frustrationstoleranz oder Adaption und die sogenannte Integration. Was heißt das? Emergenz heißt eigenmotiviertes Handeln. Also sprich, der Drang nach Autonomie kommt aus dem Kind selbst heraus. Das ist eigenmotiviert. Adaption beziehungsweise Frustrationstoleranz sagt es, das Kind lernt auch mit Dingen umzugehen, die nicht so funktionieren, wie es es gern hätte. Also es lernt sozusagen auch die Vergeblichkeit bei bestimmten Dingen, die es nicht ändern kann. Weint dann vielleicht darüber, aber geht daran nicht kaputt. Und Integration heißt, das Kind ist dann auch in der Lage, aufgrund seiner Reifung widersprüchliche Gedanken und Gefühle zu integrieren. Wenn es also von verschiedenen Menschen und Bezugspersonen unterschiedliche Signale bekommt, sie trotzdem irgendwie so weit zu verarbeiten, dass es da sozusagen gemeinsam Nenner findet. Und dann kommt die dritte Stufe, nachdem das Kind gereift wird, dann kommt nämlich eigentlich das, wo alle immer sagen, das wäre doch schön, wenn wir das schon mit drei Jahren hinkriegen würden, was aber biologisch schwieriger Blödsinn ist, nämlich die Sozialisation. Das heißt, die Integration in eine Gruppe, also quasi Sozialverhalten. Man könnte auch sagen, das Kind wird jetzt sozusagen in die idealerweise Erwachsenenkultur eingeführt. Das ist leider heute auch nicht der Fall. Also Stichwort Gleichaltrigenorientierung. Das bedeutet also, wenn man versucht, dreijährige Kinder im Kindergarten zu sozialisieren, dann scheitert man an der Biologie. Ja, ich muss schon hierher fragen, weil eben das ist so klar, wie du es gerade erklärst. Und es wird so absurd, wirkt gerade so absurd, was wir hier machen. Ganz genau. Es ist absurd. Eigentlich traurig. Es ist absurd. Ein Mensch muss erst mal sich selbst kennenlernen, damit er auch mit anderen interagieren kann. Du musst erst mal dich selbst gefunden haben, damit du dich nicht in der Gruppe verlierst. Das ist der Punkt. Da kommen wir nämlich jetzt zu den sechs Stufen der Bindung. Weil wenn man die verstanden hat, dann siehst du das unreife Verhalten da draußen und verstehst, wo die stecken geblieben sind. Man muss dazu sagen, von Stufe 1 bis Stufe 6, also die unreifste Stufe, Stufe 1, die reifste Stufe, Stufe 6. Auf diesem Weg passieren zwei Sachen. Ein Mensch gewinnt immer mehr Freiheit und löst sich gleichzeitig immer mehr von den Abhängigkeiten. Also auf Stufe 1 ist maximale Abhängigkeit von den Bezugspersonen und maximale Unfreiheit. Stufe 6 wäre genau das Gegenteil. Maximale Unabhängigkeit beziehungsweise Freiheit. Also Unabhängigkeit. Also am wenigsten Abhängigkeit und am meisten Freiheit. Die erste Stufe der Bindung ist die Stufe Bindung über physische Nähe. Kinder sind sogenannte Traglinge und keine Schieblinge. Also nichts, was man in den Kinderwagen tut und vor sich herschiebt. Kinder gehören am Körper getragen. Voller Begriff. Ja. Das ist ganz wichtig. Physische Nähe. Man hat Experimente auch gemacht mit Affen, die auch ein ähnliches Sozialverhalten haben wie wir. Da hat man dann so eine Attrappe mit dem Fell und dann so eine Metallattrappe mit einer Milchflasche drin. Und wo geht der Affe hin? Bei der einen, bei der sehr kalten Attrappe kriegt er die Milch, die er braucht, um am Leben zu bleiben. Und bei dem Fell kriegt er diesen Kontakt, diese Wärme. Er geht zum Fell. Das heißt, das Nähren durch Körperkontakt ist viel wichtiger, als dem Milch zu geben. Aber die Natur hat es ja geschickt gemacht. Da ist nämlich in der Natur halt so, oder auch bei Menschen, die Milch kommt von dem Wesen, was auch diesen Körperkontakt anbietet. Also die Mama. Das heißt, die erste Stufe der Bindung läuft über physische Nähe, Körperkontakt ab. Dann, wenn das Kind das ausreichend bekommt, also es geht immer darum, jede Stufe muss einmal so durchlaufen werden, gesättigt sein, dann kommt automatisch die nächste Stufe. Die zweite Stufe wäre dann die Bindung über Gleichheit. Das sieht man daran, wenn Kinder anfangen, Gestik, Mimik nachzuahmen. Und diese Stufe ist notwendig, um überhaupt Sprache zu erlernen, weil Sprache ist ja durch Nachahmen. Man hört und versucht, die Laute nachzusprechen. Das heißt, die Kinder beobachten genau und machen einfach nach. Zweite Stufe. Dritte Stufe wäre dann die Bindung über Loyalität und Zugehörigkeit. Also, dass die Kinder wissen, ich gehöre zu dieser Familie. Das ist mein Bruder, meine Schwester, die gehören auch zu unserer Familie. Aber das ist nur ein Freund oder das ist nur ein Spielkamerad. Die gehören nicht dazu. Also, das ist auch so dieses Thema Familie, Peergroup, Clique, Clan. Das ist dieses Gruppenbewusstsein. Ich gehöre hier dazu. So, diese drei Stufen, die ersten drei, das sind, sage ich mal, die sehr unreifen Bindungsstufen. Die findet man häufig nachher bei Jugendlichen, weil die nämlich da stecken geblieben sind. Stichwort Gleichaltrigenorientierung. Ja. Dann kommen die Reifenstufen. Die Reifenstufe, Stufe vier wäre dann die Bindung über Wertschätzung und Anerkennung. Das ist das, wenn Kinder fragen, und, habe ich das toll gemacht? Hast du super gemacht. Oh, ist das nicht ab? Und ich kann das schon. Guck mal hier, guck mal hier, Papa, Papa, guck mal, Mama, guck mal hier, ich kann das schon. Ja, super machst du das. Guck mal, was ich gebaut habe. Super. Das ist dieser, wenn die Kinder anfangen, so Lob einzufordern. Ich werde gerade ganz traurig, wenn ich an die Menschen denke, die dann zu hören bekommen haben, lass mich doch mit dem im Gekritzel in Ruhe. Was ist das denn? Das hätte ich ja viel besser hinkriegen können. Aber da kommen wir ja noch zu. Ja, da kommen wir noch zu. Macht nichts. Aber so wie du es gerade gesagt hast, so sollte es eigentlich sein. So sollte es sein, oder guck mal, was ich schon kann, guck mal, was ich schon kann. Ich kann da schon hochklettern. Mensch, bist du mutig? Super, mach weiter, toll. Ja, ich bin stolz auf dich. Das wollen die Kinder hören. Immer wieder. Stufe 5 wäre dann die Bindung über Liebe oder Gefühle. Und da passiert dann Folgendes, dass die Kinder anfangen, einfach so aus dem Stehgreif heraus zu sagen, ich mag dich. Papa, ich mag dich. Mama, ich liebe dich. Oder anfangen auch, so Dinge zu basteln, Herzen zu basteln irgendwie. Kleinen Liebesbrief, wenn sie schon schreiben können, zu schreiben irgendwie, ich hab dich lieb oder sowas. Das ist so dieses, irgendwie diese Liebe. Und dann gibt es noch die sechste Stufe, das ist dann die Verbindung über seelische Verbundenheit. Die ist notwendig oder wichtig, dass ein Kind sich trotzdem mit dir verbunden fühlt, auch wenn du mal nicht da bist. Also sprich, wenn du mal ein paar Tage weg bist als Elternteil, oder das Kind für ein paar Stunden irgendwo hingibst, weiß es trotzdem, es kann sich hundertprozentig auf dich verlassen, du kommst immer wieder zurück und so weiter. Das heißt, diese Verbindung ist auch über Entfernung möglich. Und das wären die Reifenbindungsstufen. Also diese drei. Also nochmal, Bindung über Wertschätzung und Anerkennung, also Lob. Bindung über Liebe und diese Gefühle, die damit verbunden sind. Und dann Bindung über seelische Verbundenheit oder Vertrautheit. Das wären die Reifenstufen. Und jetzt kommt der Knackpunkt oder der eigentlich ganz wichtige Erkenntnisschlüssel. Diese sechs Stufen sind nichts anderes als, man könnte sagen, Identifikationsstufen, womit sich ein Mensch in seine Psyche sozusagen identifiziert. Und gleichzeitig bedeutet die Beziehungsfähigkeit, die ein Mensch entwickelt, auf welcher Bindungsstufe er sich befindet. Das heißt, wenn ich als sehr unreif geblieben bin in meiner Entwicklung, egal ob mein Körper schon erwachsen, ausgereift ist und in der Lage ist, auch schon wieder Kinder zu zeugen, wenn meine Psyche meinetwegen auf Stufe 3 stecken bleibt, also in diesem Clanbewusstsein, Peer Group, dann bin ich sozusagen in einer unreifen Bindungsstufe und damit kann ich auch keine wirklich tiefen seelischen Verbundenheiten in einer Partnerschaft entwickeln. Das heißt, die sechs Stufen der Bindung sind gleichzeitig die Blaupause für tiefe Beziehungsfähigkeit später, wenn man dann einen Partner hat. Das heißt, viele Beziehungen sind extrem oberflächlich, was die Tiefe angeht, also diese Bindungstiefe, weil die eben selber gar nicht diese Stufen durchlaufen haben. Und idealerweise durchläuft man diese sechs Stufen noch vor Beginn der Schule, also bis zum siebten Lebensjahr etwa. Unter optimalen Bedingungen hat ein Kind diese Stufen durchlaufen, besitzt dadurch eine gewisse Reife, die es auch braucht, um in der Schule folgen zu können. Und jetzt guckt ihr die Schule an, wie viele Kinder einfach unreif sind, obwohl sie schon sieben oder acht Jahre alt sind, sind sie extrem unreif. Stören den Unterricht, schreien rum. Das hat genau etwas mit diesem unreife Verhalten zu tun, weil eben die Bindungssättigung noch nicht stattgefunden hat, damit die Reifung noch nicht stattgefunden hat und damit die Sozialisation, sprich das Sozialverhalten in der Gruppe auch noch sehr unreif ist. Jeder buhlt quasi alleine um die Aufmerksamkeit des Lehrers, also der alternativen Bezugsperson, stört den Unterricht, schreit rum, was auch immer, um die Aufmerksamkeit letztendlich unbewusst von dem Lehrer zu erhalten. Indem der Lehrer sagt, jetzt sei mal ruhig, halt die Klappe und so weiter. Ja, aber das ist ja nur ein Schrei nach Zuwendung. Ja, eigentlich ist das ja schon eine Folge von Bindungstrauma. Da sind wir schon mittendrin, aber einfach nur, dass man erstmal versteht, also wir Menschen, in uns ist ein Plan angelegt, den die Biologie vorgibt. Und wenn wir den nicht kennen, das ist schon fatal. Und wenn der Plan nicht sauber ausreifen kann, auch fatal, weil dann haben wir genau das da draußen, was wir da sehen können. Erwachsene, biologische Körper mit einer unreifen, traumatisierten Psyche, also das ist sozusagen die Software, das Softwareprogramm hat sozusagen, ist nicht ausgereift und ist voller Traumata. Und die Folge davon sehen wir dann natürlich am Verhalten. Dysfunktionale Familienstrukturen, dysfunktionale Beziehungen, Singlehaushalte und, 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 was wir da draußen sehen. Viele Partnerbörsen, ja, der Versuch, irgendwie Partner zu finden, wo aber meistens, wenn es jetzt, sag ich mal, reine Sexbeziehungen sind, dann ist es Bindung über physische Nähe. Wenn da eine Abhängigkeit ist in der Beziehung, wo es heißt, wenn du mich jetzt mal einen Tag alleine lässt, dann liebst du mich ja schon nicht mehr. Dann weißt du, wo der ungefähr mit seiner Bindungsfähigkeit steht, nämlich Stufe 1, physische Nähe. Der braucht ständig den Kontakt zu dem anderen physisch, also ihn sehen oder anfassen können, um das Gefühl zu haben, okay, wir sind verbunden. Der kann es nicht ertragen, wenn derjenige sagt, ich fahre mal eine Woche weg. Was, du liebst mich nicht mehr? Was ist jetzt los? Weil der nicht diese Stufen erreicht hat. Das ist sozusagen das Dilemma. Die Normopathie der bindungstraumatisierten Kindergesellschaft. Oh ja. Wenn du mal so schön sagst. Oh ja. Das hat mal eine Menge zu tun. Also das sind jetzt die Grundlagen gewesen, auf die wir gleich weiter aufbauen können. Also das muss man erst mal verstanden haben. Unsere menschliche Natur ist eine Bindungsnatur. Wir sind soziale Bindungswesen. Wir werden quasi in eine äußere Gebärmutter hineingeboren, die aus den Bindungsbezugspersonen, Mama, Papa und Familie besteht. Auf die sind wir zu 100 Prozent angewiesen. Wir brauchen deren Zuwendung, damit wir sechs Stufen durchlaufen können, der Bindung, um letztendlich dann gut verwurzelt zu sein, um dann letztendlich dieses Autonomie und Freiheitsstreben und die entsprechenden Flügel zu bekommen. um dann wirklich mit einem tiefen inneren Gefühl des Vertrauens ausgestattet in das Leben zu gehen. Und viele haben einfach nur Angst und sind unsicher, weil das bereits bei denen erschüttert wurde, dieses Urvertrauen. Ja, magst du mal so drauf eingehen, was so die, weil eben du kannst es einfach laserstrahlartig, was sind so die Ursachen und Folgen von Bindungsdrauma? Weil ich glaube, für viele ist das echt so so ein undurchsichtiger Dschungel und ich finde, es ist so einfach, wenn man es einmal weiß, erkennt man es überall und kann es überall sehen. Dann nehmen wir jetzt mal die Machete und schlagen mal in den Dschungel einen Pfad rein. Genau, das machen wir. Zum Kern des Ganzen. Ja. Also wir reden jetzt mal über das Thema Trauma und zwar jetzt nur im Kontext von Bindungsbeziehungen. Also wir reden jetzt nicht über Schocktrauma, sondern wir reden jetzt mal über Trauma im Kontext von Bindungsbeziehungen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, Trauma, das ist die Ursache für alle, jetzt aufpassen, Beziehungs- und Erziehungsprobleme. Kannst du gerne nochmal Ganz wichtig. Das ist ein Schlüssel. Also Trauma ist die Ursache für alle Erziehungs- und Beziehungsprobleme, die wir da draußen haben im zwischenmenschlichen Bereich. Ganz wichtig. Erziehung, also Kinder, Beziehung, Partnerschaft. Ja, aber Beziehung, wenn ich das bitte nochmal betonen darf. Es geht nämlich auch um die Beziehung zu dir selbst. Die wird gestört. Oh ja. Zu deinem Körper die Beziehung wird gestört. Richtig. Massiv. Ja. Und natürlich zu den Mitmenschen, egal ob am Arbeitsplatz oder in der Familie, in den Verwandtschaften, Freundschaften, es wurscht. Und auch zum Allschöpfer. Eben, was du vorhin meintest, der Atheismus, der daraus entsteht. Oder auch, ich bin eh allein, ich muss es alleine schaffen. Also das möchte ich nochmal markieren an der Stelle, dass damit jede Form von, oder auch zu anderen Lebewesen, also Tiere, Pflanzen. Ja. Wenn du nicht checkst, dass du, und nicht fühlen kannst, dass du wirklich verbunden bist. Nicht fühlen kannst. Das geht immer ums Gefühl. Ja. Ja. Also das wollte ich nochmal betonen. Ja, völlig richtig. Völlig richtig, was du sagst. Unser Dilemma ist, wir befinden uns in einer westlichen Kultur, in einer Kultur der Natur- und Selbstentfremdung. Oder man könnte sagen, tatsächlich, unsere Kultur fördert die Selbst- und Naturentfremdung. Ja. Oder wir sind eine Kultur der Entfremdung, könnte man sagen. Und bei Trauma muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen, damit es jetzt relativiert wird, Trauma ist bereits jegliche Art von Verletzung eines biologischen Grundbedürfnisses. Ja. Oder man könnte auch sagen, ein ungestilltes, kindliches Kernbedürfnis, zum Beispiel nach Schutz, Sicherheit, Nähe, Geborgenheit, das ist bereits Trauma. Es muss also nicht immer so heftig nach außen aussehen und es kann trotzdem traumatisch für das betroffene Kind sein. Und noch vielleicht ein wichtiger Punkt, Bindungstraumata, die also unsere Verbindung zu uns selbst und auch zu unseren Mitmenschen und auch zum Allschöpfer stören, verhindern echte Spiritualität. Ja. Das vielleicht nochmal als Hinweis, wir hatten dazu eine Folge mal gemacht. Das heißt, kann ich nur bestätigen. Durch Traumata wird sozusagen dieser innere Zugang zu unserem wahren Wesen beeinträchtigt, verzerrt, blockiert, was auch immer. Wir verlieren das Gefühl des Urvertrauens, das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl, dass wir in dieser Welt wirklich verwurzelt sind und dieses Gefühl wird ersetzt durch ein Gefühl der Trennung, des Alleinseins, der Spaltung, der Isolation, der Einsamkeit. Das ist sozusagen, was irgendwo hängen bleibt. Ja, und als Ergänzung, der Zustand bei Trauma ist ja ein dysreguliertes Nervensystem. Richtig. Und das dysregulierte Nervensystem verhindert, dass das Gehirn-Herz-Kohärenz entstehen kann. Ganz genau. Und das Bauchgehirn gehört auch dazu. Und dass einfach so ein Seinszustand überhaupt entstehen kann. Und du bist bereit und fähig zu empfangen und dich zu verbinden. Und das geht nicht, wenn du im Kampf- und Fluchtmodus oder gar im Erstarrungsmodus da oben hockst. Ich sage gerade oben, weil ich die im Kopf habe mit dem Sympathikus und Parasympathikus. Aber das wollte ich nochmal ergänzen. Ja, wunderbar. Genau, das wäre quasi die Neurobiologie des vegetativen Nervensystems in Bezug auf, wie reagiert das auf Trauma? Diesen verschiedenen Dorsaler, Ventraler, Vagus. Da gehen wir jetzt nicht trainiert drauf ein. Das ist aber auf jeden Fall ganz richtig und ganz richtig. Ich würde jetzt erstmal schauen, wo werden wir denn quasi durch das heutige Gesellschaftssystem als Mensch, als Menschenkinder nahezu systematisch traumatisiert, dass man mal das auch beim Namen nennt. Es findet eine systematische Traumatisierung statt, verschiedene Stufen, sodass im Grunde jeder irgendwo was wegbekommen hat. Die Frage ist natürlich dann, wie geht er damit um, welche Ressourcen hat er, um da sich sozusagen zu behaupten. Also ich führe jetzt mal insgesamt sechs Stufen auf, die im Grunde, ja man könnte sagen, eine Art von Teufelskreis bewirken. Ich nenne es den Teufelskreis der Normopathie. Und Normopathie als Begriff nochmal heißt nichts anderes als Natur- und Selbstentfremdung. Und diese Natur- und Selbstentfremdung ist kulturbedingt in unserer westlichen Kultur. Leider. Und das können wir nur ändern, wenn wir verstehen, dass wir alle das System sind. Das ist nicht da draußen, sondern das wäre wieder Spaltung, das wäre wieder der Traumat, die sich sagt, ja das System da draußen und ich bin da so ohnmächtig. Nein, du bist auch Teil des Systems, ändere etwas bei dir und du änderst auch ein Stück weit am System etwas. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt, wie gesagt, bestimmte Stufen, die wir alle durchschreiten oder durchschritten haben und dadurch mehr oder weniger auch unser Urvertrauen erschüttert wurde. Die erste Stufe ist ganz klar, das ist die Störung oder das Unterbrechen der Mutter-Kind-Bindung im Rahmen der Geburt. Interessanterweise gibt es Untersuchungen aus den 1970er Jahren, die auch sich mal die Frage gestellt haben, woher kommt es, dass auch damals schon die Tendenzen zu sehen waren, dass es in der westlichen Kultur, ich sage mal, zu einem Kulturen-Sittenverfall kommt, also mehr Gewalt, Zunahme, Drogenkonsum, Stieg und so weiter. Woher kommt das? Was ist die Hauptursache? Gibt es Untersuchungen? Soweit ich weiß, wurde das über drei Jahre untersucht. Und das Ergebnis, was da rausgekommen ist, war, die Hauptursache für den kulturellen Sittenverfall, Drogenkonsum, mehr Gewalt in der Gesellschaft ist eine traumatische Geburtserfahrung für Mutter und Kind. Wenn man das begriffen hat, dann weiß man, wie wichtig eine natürliche Geburt ist. Also der Start ins Leben ist schon maßgeblich. Das heißt, die Geburt kann künstlich eingeleitet sein, weil es einfach besser in den Terminkalender von dem Personal passt. Es kann eine Kaiserschnittgeburt sein, gleiches Spiel, weil es einfach auch irgendwie passender ist. Nicht, weil es eine medizinische Indikation dafür gibt, sondern einfach, weil es irgendwie erstmal besser abbrechenbar ist und weil es einfach termingerechter dann laufen kann. ist aber für Kind und Mutter beides dramatisch, hochdramatisch. Wird aber nicht so gesehen, weil wir einfach ein sehr materialistisches Weltbild haben und nach dem Motto, wieso, Kind ist doch alles dran, ist doch gut. Aber das ist ja der Punkt. Der Mensch besteht aus zwei Arten von Körpern. Er hat einen objektiven Körper, das ist das, was wir hier direkt Messenwiegen anfassen können. Darauf konzentrieren sich alle, das ist Materialismus. Wir haben auch einen subjektiven Körper, der fühlt. Und der wird bei diesen Umständen unter Umständen sehr schwer traumatisiert. Das nur mal am Rande. Zweite Stufe in diesem Normopathie-Teufelskreis wäre dann, wenn das Kind schon geboren ist, jegliche Art von Vernachlässigung und auch Kontaktabriss zu seinen wichtigen Bezugspersonen. Das heißt, viel zu frühe Fremdbetreuung in Krippen und irgendwelchen anderen Einrichtungen. Also sprich, man hat sich gerade ein Kind gewünscht, das Kind ist gekommen und gleich gibt man es wieder weg. Ich nenne es den Weggabemodus. Also das Kind wird sozusagen in die fremde Betreuung gegeben. Oder auch wenn Kinder, weil die Eltern sehr früh wieder auseinander gehen, ist ja meistens so, in dem Moment, wo ein Paar ein Kind bekommt, wird die Beziehung wirklich auf die Probe gestellt und dann gehen viele Beziehungen kaputt. Das heißt, die Kinder bleiben meistens bei der Mutter und dadurch werden die Kinder mittel- und langfristig untervatert. Denen fehlt also der männliche Gegenpol. Das heißt, die alleinerziehenden Mütter sind meistens dann noch psychisch völlig überfordert. Und das wirkt sich natürlich auch wieder auf das Kind aus. Also der Stress der Mutter geht natürlich direkt aufs Kind auch wieder über. Es gibt sogar ein sogenanntes Eltern-Kind-Entfremdungs-Syndrom, auch als Bezeichnung, auch interessant. Also sowas ist schon bekannt, aber ja gut, die Medizin ist ja Meisterin im Klassifizieren von irgendwelchen Zuständen, aber die Frage sich zu stellen, woher kommt es und was können wir machen, das wäre eigentlich für mich viel interessanter. Stufe drei ist dann das große Thema Impfungen und jegliche Art von Gewalt, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, die dem Kind angetan wird. Bei der Impfung muss man vielleicht dazu sagen, hier ist es sozusagen auf zweierlei Art von Gewalt. Erstens ist der eine physische Angriff, also es ist ja eine Verletzung der körperlichen Integrität, Punkt eins. Plus, es werden hier natürlich neurotoxische Substanzen verabreicht, die auch die Ausreifung des Nervensystems beeinträchtigen. Und drittens ist es im Grunde auch eine Handlung des Verrats. Denn schlimm ist ja, wenn eine Mutter oder ein Vater sein Kind noch festhalten muss, damit der Arzt die Spritze ansetzen kann. Das heißt, für das Kind, das er natürlich noch nicht denkt, aber fühlt, es merkt ja, dass es hier offensichtlich irgendwie von seiner Bindungsbezugsperson dieser Gewalt, diesem Schmerz ausgesetzt wird und es wird nicht geschützt. Das merkt es. Also wieder eine Kerbe im Urvertrauensverlust wird sozusagen in dem Moment reingegeben. Und das wird alles natürlich nicht so gesehen, weil es halt immer heißt, ja, das schützt ja und das ist ja sozusagen das höhere Wohl ist ja das Kindswohl, aber na gut, ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren, ich werde es erstmal nur aufführen, dass man mal einfach dafür ein bisschen sensibler wird. Und danke, dass du den Mut hast, das so klar zu benennen und ich sehe es genauso und jeder, der noch bei Verstand ist und in Verbundenheit, da ist es wieder, in Verbundenheit mit sich selbst, mit seinem Gefühl, wird es nicht wirklich aushalten und tolerieren, wenn er sein Kind im Arm hat und sieht, es wird ihm, wird wehgetan, aber eben, ist ein anderes Thema. Ein anderes Thema. So, und dann haben wir noch die Stufe 4, das nenne ich mal Schulzwang plus Anwendung des unsichtbaren Lehrplans. Hier geht es aber auch darum, also erstmal mit Zwang, ist ja auch eine Art von Gewalt, nicht nur für die Kinder, sondern für die ganze Familie. Hier geht es aber dann auch darum, dass in den Schulen heutzutage sehr fragwürdige Inhalte vermittelt werden, Stichwort Frühsexualisierung und Genderagenda, wo es einfach ganz klar darum geht, die menschliche Natur zu zerstören. Das ist die größere Agenda dahinter. Verstehen viele nicht, aber de facto ist es so. Und beim unsichtbaren Lehrplan geht es ja nicht darum, bestimmte Inhalte zu vermitteln, sondern in erster Linie ein subtiles Verhaltensdressurprogramm an den Kindern anzuwenden, dass sie einfach lernen zu gehorchen durch Belohnung und Bestrafungsreize. Und dadurch hast du nach etwa 18 bis 20 Jahren hast du dann einen Systemling herangezüchtet, der angepasst ist, der letztendlich innerlich irgendwo gebrochen ist. Also nicht alle Kinder, es gibt tatsächlich welche, die sind so robust, die schaffen das irgendwie trotz all dieser ganzen Einflüsse bei sich zu bleiben. Herzlichen Glückwunsch. Das sind dann die Genies und diejenigen, die die Welt dann verändern. Aber die meisten werden zu Systemlingen gemacht, zu, die werden in ihrer Züche gebrochen und werden letztendlich zu Konsumenten, zu Sklaven abgerichtet, die einfach nur darauf warten, Befehle auszuführen. Das ist ja auch letztendlich das Ziel. Insofern hat die Schule nicht versagt, sondern die Schule, so wie sie heute funktioniert, zum größten Teil immer noch, Änderungen gibt es ja, aber eben zum größten Teil, dient dazu, Systemlinge heranzuzüchten. Und das hat die Schule mit Perfektion gemacht. Deswegen, sie hat nicht versagt, sie hat nur darin versagt, individuelle, starke Persönlichkeiten heranzuziehen. Sie unterliegt ja eher dem Kollektivismus, also sie versucht ja alle gleich zu machen. So, das ist ja im Grunde das Dilemma. Ich habe gesagt, es gibt sechs Stufen. Es gibt noch zwei weitere, die erwähne ich nur, führe ich aber nicht weiter aus, weil die sind einfach zu grausam. Fünfte Stufe wäre dann sexueller Missbrauch von Kindern. Die sechste Stufe wäre dann rituelle Kindsfolterung bis Pädosatanismus. Ja, also es ist die schwerste Form der Traumatisierung, die ein menschliches Wesen ertragen, erdulden kann, wenn es überlebt, dann ist es schwerst geschädigt in seiner Psyche. Aber die Natur schafft es trotzdem irgendwie, sowas zu überleben. Ja, das ist ein Wunder. Aber interessanter ist jetzt wirklich, was passiert denn als Folge von diesen Stufen der Traumatisierung, also der Normopathie? Ja, und dann sind wir bei dem, was ich schon sagte. Wir kommen dann zum Massenphänomen der gleichaltrigen Orientierung. Im Übrigen, die Schulen fördern das ja auch noch, weil es ist völlig wieder natürlich, Kinder gleichen Alters und gleicher Reifung alle zusammen zu färchen. Ja, so lernen Menschen nicht. Normalerweise lernen Menschen in, ich sage mal, in Sippen- und Dorfgemeinschaften, wo Ältere und Jüngere sind, wo man also völlig unterschiedliche Mentoren um sich hat und nicht alle gleicher Stand hat und dann noch alle zusammen gefärcht unter Zwang, also Schulgebäude- Anwesenheitspflicht. Das heißt, die Kinder werden sozusagen künstlich in der Unreife gehalten. Es ist auch sehr einfach zu verstehen, Kinder, die zu früh in die Fremdbetreuung gegeben werden, fallen in eine Bindungslücke. Diese Bindungslücke alarmiert das System im Kind, nach Bindungsersatz zu suchen und entweder, idealerweise, findet das Kind Ersatz in den Erwachsenen, Erziehern oder Erzieherinnen. Das wäre sehr gut, weil die ja noch ein bisschen reifer sind. Wenn die aber jetzt aus welchen Gründen nicht verfügbar sind oder es passt einfach nicht, weil die eben nicht so liebevoll mit dem Kind umgehen, dann wird sich das Kind in seiner Not auf die anderen Gleichaltrigen binden. Die sind aber unreif. Damit wird die Bindung im Grunde nur sehr primitiv sein. Also es wäre dritte Stufe, Bindung über Gleichheit, also Gleichaltrige. Und diese Bindung ist auch sehr verletzlich, weil die Gleichaltrigen gehen ziemlich rabiat miteinander um und können sich dann auch gegenseitig sehr stark verletzen. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch vor allen Dingen, weil die ja noch keine ausgereiftes Sozialverhalten haben können, weil sie noch unreif sind. Das heißt, daraus erwächst ein sogenanntes Massenphänomen der Gleichaltrigen Orientierung. Also da kommen dann die Pubertierenden noch hinzu und die werden dann extrem, bleiben unreif. Und ich möchte mal nur mal ein paar Verhaltensweisen aufzählen, die solche Jugendlichen haben. Da werden alle Eltern sagen, ja das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Ja, aber jetzt weißt du auch, woher es kommt. Das ist ein unreifes Verhalten. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Das werden auch ganz viele Pädagogen jetzt bestätigen können. Also was zeigen Kinder, die auf Gleichaltrige orientiert sind, für ein Verhalten? Zum Beispiel ein gesteigerter Gegenwille oder Trotz. Das ist das Gegenteil von Bindung. Das ist sozusagen nicht das Nähestreben bei der Bindung, sondern das ist sozusagen der Schutz der Bindung im Sinne von, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Das heißt, wenn die Kinder untereinander gebunden sind und der Lehrer sagt, ihr müsst das und das machen, dann sagen die nur hier, du kannst mich mal. Weil ich bin nicht auf dich gebunden, sage ich jetzt mal in der biologischen Sprache, sondern auf meine Gleichaltrigen und du kommst jetzt daher und willst meine Bindung zu den Gleichaltrigen stören, keine Chance. Gegen Gegenwille. Damit einher Verlust von Respekt gegenüber Erwachsenen, mangelnde Anerkennung von Erwachsenen als natürliche Autorität. Damit kämpfen jeden Tag die Lehrer. Jeden Tag. Verzögerte Reifeentwicklung und Reifehemmung. Das sehen wir. Habe ich heute erst wieder erlebt. Das ist sagenhaft. Zunahme von Aggression, Wut, Grausamkeit und Gewalt. Das sehen wir auch immer mehr, leider. Leider. Jetzt kommt es. Emotionale Verhärtung, Gefühlspanzerung, Flucht vor den eigenen Gefühlen. Cool zu sein ist cool. Cool, Kühlung, kühle, Gefühlskälte. Dann fehlende Empfänglichkeit für Erziehung und Unterrichtbarkeit. Damit haben die Lehrer es heute zu tun. Das ist ganz massiv. Die Kinder bringen nicht mehr die Reife mit, um überhaupt unterrichtbar zu sein, im Unterricht zu folgen. Tyrann-Opfer-Entstehung. Das sage ich deswegen, weil es gab, glaube ich, im letzten Jahr einen Fall von Kindmörderinnen. Eine Zwölfjährige eine andere umgebracht oder irgendwie so. Also da ging sowas durch die Medien. Tendenz zunehmend, ja. Ja, dann verfrühte Sexualität, vor allem bei Mädchen, mit Perversion, sexueller Perversion. Und auch Drogenkonsum, Alkoholismus, Pornokonsum, Gaming und so weiter. Auch die Flucht einfach, also im Grunde ist es Betäubung, Traumafolge, ne. Das ist also sozusagen das Betäuben und die Entwicklung von Süchten. Auch dazu haben wir ja schon eine Podcast-Folge gemacht in unserem Format Die Gesundheitsrebellen. Und das ist leider immer mehr zu beobachten. Und das kommt genau von diesen Dingen, die ich jetzt hier beschrieben habe. Weil die Kinder unreif sind, weil sie vernachlässigt wurden, weil sie zu früh fremdbetreut wurden, weil sie keine wirkliche tiefe Bindung in ihrem Elternhaus erlebt haben. Deswegen, man kann nicht der Schule nur die Schuld schwieben, wenn man die Schuldfrage hier stellt, sondern man muss im Elternhaus anfangen. Und die größte Prägezeit verbringen die Kinder im Elternhaus. Und da wird aus meiner Sicht leider vieles versagt. Ja, muss man leider so sagen. Weil man sieht es am Verhalten der Kinder. Das fällt auf, wenn Kinder eben ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Ich sehe das immer auf den Spielplätzen. Dann weiß ich schon, okay, das Kind ist ohne Vater aufgewachsen oder die Mutter ist überfordert oder was auch immer. Ja, man sieht es am Verhalten der Kinder, wie die sprechen, wie die miteinander umgehen. Da merkst du schon, die haben ganz viel früher Kontakt zu anderen Gleichaltrigen gehabt und haben entsprechend sich sehr unreif entwickelt. Ja, und das sind so die Dinge, mit denen wir es heute zu tun haben. Und daraus erwächst natürlich später dann, wenn die ein bisschen größer werden, dann auch all das Konfliktpotenzial, was sich dann irgendwann in Kriegen entlädt. Weil man muss auch verstehen, Soldaten zum Beispiel, also die jetzt bedingungslos Befehle ausführen können, die befinden sich auf Stufe 3 der Bindung. Bindung über Gleichheit. Gleiche Uniform, gleiche Ideologie, in der sie geschult wurden. Ihr seid die Guten, das sind die Feinde. Ein Wir-gegen-sie-Gefühl. Man braucht also diese Bindungsstufe, sprich Reifen, um überhaupt eine Armee aufzubauen, die einfach dann Befehle ausführt. Danke, so habe ich das gar nicht gesehen. Ich könnte zum Beispiel nicht zur Armee gehen, weil ich würde so vieles immer hinterfragen und sagen, das mache ich nicht. Da sagt mein Gewissen, das mache ich nicht. Aber manche, die sind da völlig cool, wie man so schön sagt, gefühlsgepanzert. Die fühlen ja gar nichts. Die sind froh, wenn ihnen jemand sagt, was sie zu machen haben. Die fühlen das dann aus, kriegen ein bisschen Anerkennung, Lob, Tadel oder eben in Orden. Und darüber definieren sie sich, ihren Selbstwert, der sehr labil ist, muss man dazu sagen, weil der nicht aus der Tiefe ihres Wesens kommt, sondern der ist von äußeren Belohnungsreizen abhängig. Und so lassen sich Kriege führen. Ohne Trauma, keine Kriege. Und Trauma wiederum oder Kriege wiederum traumatisieren und somit haben wir einen Teufelskreis. Jeder Krieg, der stattfindet, traumatisiert ganz große Bevölkerungsteile. Brillant auf den Punkt gebracht. Ja. Und ich möchte nur, ich möchte nicht unterbrechen, dennoch spüre ich das Bedürfnis, weil ich meine, mit den Menschen, mit denen ich arbeite oder auch bei mir selbst, wenn man dir jetzt zuhört, kann man auch wirklich in schlimme Selbstvorwürfe und Schuldgefühle kommen. Und du meinst es ja gar nicht als Anklage. Nein, nein, nein. Und wir machen ja unsere Arbeit auch in dem Format die Gesundheitsrebellen überhaupt nicht vor dem Hintergrund, dass wir jetzt mal ordentlich anklagen wollen und schimpfen. Nein. Sondern wir wissen ja, angewandtes Wissen ist Macht. Alles andere kannst du gerade vergessen. Was dir nicht bewusst ist und was du nicht verstehen kannst, kannst du nicht verändern. erst, wenn du etwas erkennst, ja, und das kann sauwehtun und verstehst, kannst du sagen, okay, dann, was muss ich jetzt tun, um es, oder was kann ich tun, um es zu ändern? Und alle jetzt, Mütter, Väter, alle Eltern, die jetzt hier zuhören und denken, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan? Bleibt locker, atmet durch, entspannt euch. Jeder, der auf diesem Planeten inkarniert, hat sein Kind direkt schon traumatisiert. Also der Kinder bekommt und ist auch selbst traumatisiert. Warum? Ja. Weil du ja inkarnierst in dieses traumatisierte, seelisch-geistige Feld. Punkt, Ende. Und wir als Gesellschaft, als Menschenfamilie dürfen das erkennen und aufwachen und es verändern. Anders geht es nicht und das beginnt bei jedem Einzelnen. Einzelnen. Also es geht überhaupt nicht um Schuld und jetzt zu versinken, oh, was habe ich getan? Es geht um Klarheit. Nein, genau. Und auch wenn dein Kind jetzt schon 15 ist, es braucht dich immer noch. Du kannst etwas tun und was man tun kann, da kommen wir einfach zu. Genau, da reden wir jetzt gleich mal drüber. Und das wollte ich nochmal betonen, damit jetzt hier sich keiner auf den Schlips getreten oder beschuldigt fühlt. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um keine Berüstung. Ich denke, das ist klar. Also meine Absicht, habe ich ja am Anfang auch gesagt, ich habe so eine Liebe, die in mir ist und Liebe ist ja auch nichts anderes als Verbundenheit. Und Liebe ist das, was hier sehr vieles heilen kann. Und wir können ja mal tatsächlich jetzt zum Abschluss nochmal darüber sprechen, wie wir so eine Bindungslosigkeit überwinden können. beziehungsweise wie man diesen, ich nenne es den Teufelskreis der Normopathie, weil ich wollte noch sagen, wenn man jetzt also diese Menschen durch diese Stufen schickt, dann sind sie am Ende mehr, also die größte Teil jedenfalls, der da rauskommt, ist dann eben schon gebrochen. Und es steckt in seiner Unreife fest. Und wenn die sich dann wieder finden und dann ein Kind zeugen, dann geben sie das weiter, was sie kennengelernt haben. Und dann ist es ein Teufelskreis, weil dann wiederholt sich das Ganze und dann sehen wir von Generation zu Generation eine weitere unreife Zunahme. Wir sehen es ja auch vor allem auch an der Z-Generation. Natürlich gibt es immer individuelle Ausnahmen, aber so um das Gro, dass die sich dann also einige von denen halt auf die Straße kleben, um damit zu dem Planeten Glauben zu retten und so weiter, zeigt eigentlich schon, was alles schon schiefgegangen ist, sage ich mal so, in der Reifeentwicklung. Aber wenn man jetzt diesen Teufelskreis sicher heranzieht, dann kann man auch an diesem Teufelskreis ganz gut erklären, was man machen kann, um das zu überwinden. Und das würde ich jetzt zum Abschluss gerne noch machen. Ja, bitte. Damit das Ganze jetzt hier nicht so einseitig dargestellt ist. Also der erste wichtige Schritt ist natürlich, das haben wir jetzt, glaube ich, gemacht, ist die Bewusstwerdung all dieser ganzen Zusammenhänge. Das nenne ich die Selbstreflexion, dass man erst mal versteht, auch für sich selber im eigenen Leben, wo habe ich denn in diesem Teufelskreis der Neuropathie sozusagen die Einschläge bei mir selber bekommen. Ich brauche Klarheit. Heilung ist immer, wenn ich den Ding komplett mich öffne und hingebe und hinschaue und der Wahrheit ins Gesicht schaue, alles, was ich verdränge, kommt verstärkt wieder zurück. Das ist einfach so. Das funktioniert nicht. Man muss der Sache ins Auge schauen. So. Der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann im Prinzip, jetzt muss man irgendwie gucken, wie kann man denn nachreifen? Also es geht ja eigentlich darum, seine eigene Unreife zu überwinden. Ich sage mal so, der einfachste Weg ist es, Verantwortung zu übernehmen. Das kann anfangen, ganz banal, dass man mit Tieren anfängt. Die verzeihen einem noch ein bisschen, sage ich mal, Fehler. Also dass man einfach Verantwortung für andere Lebewesen übernimmt. Nicht umsonst gibt es ja auch Therapiepferde und Therapiehunde und sowas. Das hat schon Gründe. Ich weiß von einem Elite-Soldaten, der hat eine schwere posttraumatische Belastungsstörung gehabt nach dem Afghanistan-Einsatz und der hat mit Therapiehunden gearbeitet ganz viel und das hat ihm so viel geholfen. Das heißt, mit Tieren kann es sehr, sehr sinnvoll sein, überhaupt auch mit anderen Menschen natürlich, weil was ist Trauma? Trauma ist im Grunde Isolation. Trauma ist, ich sage es mal, Bioroboter-Dasein, also dieses Reizreaktionsschema in sich. Man wird getriggert und reagiert dann nur noch nach Schema F wie so ein Automat. Trauma heißt aber auch Gefühlspanzerung, also man fühlt gar nicht mehr und Trauma heißt Isolation. Und was man für die Trauma-Heilung dieser Bindungstraumata braucht, sind im Grunde Menschlichkeit, Mitgefühl und Gemeinschaft. Also genau die gegenteiligen Punkte. Wir brauchen, um aus der Isolation rauszukommen, brauchen wir die Erfahrung, dass wir mit einem anderen Menschen oder anderen Menschen einen vertrauensvollen Kontakt eingehen können. Um diese Gefühlspanzerung aufzuknacken, kann es helfen mit Tieren zum Beispiel. Die können einem helfen, wieder weicher zu werden, weil Coolness ist ja Härte, ist Verhärtung. Und damit sich das Herz wieder öffnen kann, brauchen wir also vielleicht Natur, die uns auch etwas Schönes vermittelt und eben Tiere, die unsere weiche Seite auch sozusagen stimulieren, dass wir weicher werden, dass wir diese Gefühlspanzerung aufknacken. Und natürlich Menschlichkeit, menschliches miteinander umgehen, empathisches miteinander umgehen. Das heißt, bei all den ganzen Dingen geht es eigentlich um die Herzqualität, weil Herz ist das, was uns verbindet. Also die unteren, wenn man über diese Chakrenebenen spricht, die unteren Chakren verbinden uns mit der Erde, die oberen verbinden uns quasi mit dem Himmel, mit der Geistigkeit, aber das Herzchakra ist das, was uns mit anderen verbindet. Und wir sind soziale Bindungswesen, wir sind aufeinander angewiesen und darüber, und bei Bindungstrauma ist das Herzchakra meistens auch beeinträchtigt. Da gilt sozusagen die Hauptheilung auch zu machen in diesem menschlichen Bereich. Und ich möchte noch mal einen wichtigen Aspekt noch mal reinbringen, der mir auch persönlich sehr viel geholfen hat im Hinblick auf das Thema Verantwortung und Verbundensein, nämlich wir Menschen, im Russischen gibt es den Ausdruck für Familie, der heißt Semyar. Semyar ist übersetzt sieben Ich. Und damit ist gemeint, du selber, deine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, deine Kinder, Enkel, Urenkel. Das sind sieben Generationen. Das heißt, du bist ein Stammmensch, du bist in einer Kette eingegliedert. Ohne deine Vorfahren wärst du nicht hier und gleichzeitig hast du die Verantwortung, was mit deinen Nachfahren passiert, also ob es überhaupt Nachfahren gibt und wenn ja, wie viele, mit welchem anderen Stamm verbindest du dich. Das bedeutet, wenn du so anfängst zu denken, dass du ein Stammmensch bist, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens schon mal gar nicht mehr so gravierend, sondern da hast du schon, sag ich mal, eine wichtige Antwort. Du trägst Verantwortung, weil du ja entscheidest, wo es mit deinem Stamm hingeht. Das heißt, deine Entscheidungen, die du im Alltag triffst, haben ganz große Konsequenzen und Auswirkungen. Dann musst du auch natürlich anders denken lernen, nicht nur so klein, wie es mir alleine persönlich gut geht. Der Traumatisiert denkt ja primär nur an sich, aber in dem Moment, wo er sich bewusst wird, dass er in einer Kette sich befindet und ohne seine Vorfahren, die ja auch schwere Zeiten hinter sich haben und überlebt haben, wärst du ja heute nicht hier. Dafür kannst du dankbar sein. Dankbarkeit. Ein Mensch, der dankbar ist, kommt automatisch in ein Gefühl der Fülle, weil nur jemand, der bekommen hat, kann sich bedanken. Also ganz wichtiger Punkt. Stammmenschbewusstsein. Und wenn man es verstanden hat, dass die Geburtserfahrung für die nächste Generation der Schlüssel ist, sollte man, wenn man Kinder bekommt, eine natürliche Geburt anstreben. Einfach um den Start ins Leben für das neue Kind schon mal von Anfang an, sage ich mal, wenig traumatisch zu machen. Das wäre sozusagen, um überhaupt diese Unreife zu überwinden. Der nächste Punkt ist dann, wenn die Kinder da sind, sollte man verstehen, wie wichtig dieses Thema Bindung ist. Also sprich, dass man die Kinder von Geburt bis zum Lebensjahr wirklich mit Bindung sowas von satt kriegt. Ich nenne es die bindungsbasierte und liebevolle Kinderbegleitung. Gar nicht mal so sehr Erziehung, sondern eher so Begleitung. Also nicht Weggabemodus, wenn es sein muss, sondern dass man sich wirklich für die Kinder entscheidet und auch mal vielleicht für die Jahre das eben anders löst mit der Arbeit und so weiter. Auf jeden Fall, dass man da ist für die Kinder. Ach, ich höre schon die Aufschrei. Weiß ich. Weil die meisten ja gar nicht so, wie soll ich sagen, die Kinder sind plötzlich da, hups, sind wir schwanger und so weiter. Die meisten bereiten sich ja nicht wirklich darauf vor. Erst wenn sie schwanger sind, merken sie ja, okay, ich müsste mit dem Rauchen und dem Trinken aufhören, ich müsste vielleicht noch ein bisschen Ernährung ändern. Gut, das ist einfach leider unsere heutige Zeit, wo alles sehr viel unbewusst abläuft. Aber ich sage es jetzt trotzdem, wir müssen ja irgendeinen Ideal haben, an dem wir uns orientieren können. Unbedingt. Und dann natürlich, also das Kind wirklich Bindung satt kriegen und nicht zu früh irgendwelche Einrichtungen geben, aus welchen Gründen auch immer. Ja, da muss man sich halt vorher drüber Gedanken machen. Ich meine, Kinder großzuziehen ist hohe Verantwortung, keine Frage. Und diese Fragen muss man auch vorher sich ein bisschen stellen. Wie schaffe ich es, genügend Geld zu haben und gleichzeitig auch genügend Zeit zu haben? Und die Möglichkeiten, die wir heute haben, die sind schon ziemlich gut, wenn man ein bisschen sein Köpfchen da anstrengt und nicht immer nur jammert und sagt, das ist auch wieder so typische angelernte Hilflosigkeit. Ja, kann man auch durchbrechen. Und der vierte Punkt ist natürlich dann auch, sich gemeinschaftlich mal Gedanken darüber zu machen, wie müsste eine ganzheitliche und freie Bildung funktionieren. Denn wie gesagt, die Schulen, wie wir sie heute haben, produzieren massenweise Systemlinge, gebrochene, angepasste, leidenschaftslose Pflichterfüller, Systemlinge im Sinne von Sklaven, die nur auf Befehle warten, die zwar glauben, sie sind frei, aber wenn man sie dann wirklich sagt, okay, dann leg doch mal los. Die meisten haben so eine Scheißangst, weil sie nie mit der Erwachsenenwelt wirklich Kontakt hatten, sondern sie wurden bis zum 18. Lebensjahr in so einer künstlichen Kinderwelt gehalten, wurden nicht wirklich auf die Erwachsenenwelt vorbereitet und plötzlich sind sie 18, Abitur, jetzt könnt ihr die Welt erobern. Würden werden die nicht mal ein wenigstens tun. Die meisten werden dann eine Ausbildung oder ein Studium anfangen, das kennen sie nämlich, wo ihnen wieder jemand sagt, was sie zu machen hat. Der wenigste wird auch sagen, jetzt werde ich Unternehmer, jetzt lege ich mal richtig los. Nee, ist mir zu großes Risiko. Ja. Na, vielleicht ist das Risiko größer, ich sage mal, sein Leben nicht wirklich zu leben, als einfach mal an das Risiko einzugehen und dann vielleicht ein tolles Leben zu haben, wo man sich wirklich als Schöpfer seiner Umstände fühlt. Ja, das meine ich halt. Wir haben keine Kultur, die das Unternehmertum fördert und zwar rede ich nicht nur von dem wirtschaftlichen Unternehmertum, sondern ich rede von dem Lebensunternehmertum, weil jeder Mensch ist Unternehmer seines Lebens. Sollte er sein. Die meisten sitzen aber in so einer abwartenden Position und sagen, hey, Papa Staat, ich bin da und weil ich da bin, habe ich zu bekommen. Her damit. Fordernde Haltung. Ja, und da sind wir wieder im Thema. Die einen fordern ihre Rechte ständig ein und vergessen dabei, dass sie auch Pflichten haben. Wie Pflichten? Nö. Ich bin hier, also habe ich zu bekommen. Ja. Na gut, aber dann jammer nicht, wenn du nicht das bekommst, was du vielleicht kriegen könntest, wenn du sozusagen loslegen würdest. Das heißt also... Darf ich dich was fragen? Gerne. Würdest du dann auch sagen? Also ich bin ja so frech und sage immer, dieses unerkannte, unbewusste, pandemische Trauma ist der Hauptsaboteur deines gesamten Lebens. Sprich, du entfaltest nicht dein Potenzial, du bleibst weit unter deinen Möglichkeiten und am Ende, die Persönlichkeitsgurus, die, also Persönlichkeitsentwicklungsgurus sagen ja immer und Studien untermauern, dass die Menschen sind nicht unglücklich über das, was sie getan haben und wie sie es getan haben, sondern am Ende unglücklich, wenn sie kurz davor sind, ins Grab zu gehen, über all das, was sie nicht getan haben. Also all die verpassten Chancen, all die nicht gelebten und umgesetzten Ideen, Träume, Visionen, etc. Würdest du das jetzt auch so bestätigen? Und es fehlen auch Vorbilder, es fehlen einfach wirklich Vorbilder. Ich sehe ja die Jugend, die es sich selbst überlassen und die holen sich ihre Werte, sage ich mal, aus irgendwelchen fragwürdigen Plattformen, Social-Media-Plattformen, wo auch viel Mist einfach nur verteilt wird und ja, die kennen es nicht anders. Die sind einfach ein, sie sind der Ausdruck einer Fehlprogrammierung, sage ich jetzt einfach mal so, einer gesamtgesellschaftlichen Fehlprogrammierung. Jetzt kann man darüber jammern oder man sagt sich, okay, wenn ich das für mich erkannt habe, kann ich ja an mir soweit arbeiten, vielleicht kann ich oder du oder wer auch immer da, wo er wirkt, ein Vorbild sein. Einfach in der Art und Weise, wie er lebt. Dass andere Menschen das sehen und sagen, hm, interessant. Ja, und wenn die sich dann sogar trauen, Fragen zu stellen, wie machst du das so? Du siehst ja irgendwie, alle sind hier am Jammern und du irgendwie wirst mal gut drauf. Was machst du anders? Dann kannst du das sagen. Ja, ich mache das und das. Ich kenne das andere auch, aber ich wollte das nicht mehr und dann habe ich mich entschieden, das anders zu machen und das mache ich jetzt aus dem und dem Grund. Das und das mache ich auch so konkret anders. Das ist ja interessant. Hat mir ja niemand einer erzählt. Ja klar, die Schule bereitet dich auf sowas nicht vor. Das ist ja auch nicht die Aufgabe der Schule. Deswegen brauchen wir auch noch viel mehr außerschulische Vorbilder. Weil wir befinden uns in einer Übergangsphase. Ja, ist es einfach so. Ja, es gibt auch bessere Konzepte für Schulen, das ist die Frage, aber das Gesamtbewusstsein der Bevölkerung ist noch nicht an dem Punkt, dass sie danach schreien, wir brauchen andere Schulen. Die haben noch nicht mal das Problem verstanden. Deswegen ist ja ein Schwerpunkt meiner Arbeit erstmal die Problemanalyse, damit überhaupt erstmal der Same für die Veränderung im Geiste gelegt wird. Der wird nämlich dann gelegt, wenn die Leute wirklich mal erkennen, was für eine beschissene Situation wir uns gesamtgesellschaftlich befinden. Also das Problem mal ganz klar benennen und nicht immer alles schönreden und so heucheln und so weiter. Ja. Und dann im Grunde, wenn du wirklich verstehst, ups, ich habe ja auch meinen Anteil dazu beigetragen, vielleicht durch Passivität oder durch Unbewusstheit. Jetzt habe ich die Zusammenhänge verstanden. Okay, was kann ich jetzt machen? Naja, was ich dir schon gesagt habe, was du machen kannst. Ich habe ja schon einiges gesagt. Und fang bei dir selber an. Das ist das Wichtigste. Fang einfach bei dir selber an. Versuch, ein guter Mensch zu sein. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Und tu Gutes und sprich davon. Oder, ja, mach es einfach und sei eine Inspirationsquelle für andere Menschen. Weil es kann ja nicht sein, dass jetzt wieder einer sich alles ausdenken muss, wie man es besser macht. Dann gucken die meisten, sagen, naja, mal gucken, wenn es läuft, dann machen wir mit. Wenn nicht, dann können wir dich ja kritisieren, weil, nein, wenn wir es ändern wollen, müssen wir alle damit machen. So, ganz einfach. Das ist eine kollektive Aufgabe. Und deswegen betone ich das hier so. Und der Schlüssel ist wirklich das Verständnis um unsere biologische Bindungsnatur aus meiner Sicht. Ja. Und das Trauma, wie auch immer jetzt geartet, hat nur dazu geführt, dass dieses Bindungsbedürfnis einfach beeinträchtigt wurde. Und das vermittelt bei vielen eine Unsicherheit dem Leben gegenüber, eine Grundangst dem Leben gegenüber, aus der heraus vielen sich nicht trauen, irgendetwas zu tun, in so eine passive Konsumentenhaltung verharren. Und die zu überwinden ist eigentlich der Schlüssel. Wir brauchen viel mehr Menschen, die ihren Platz im Leben eingenommen haben, die glücklich sind mit dem, was sie tun, ja, also die sozusagen ihrer Bestimmung folgen, ihrem Seelenplan folgen. Das kannst du aber nur, wenn du dich mal mit dir selber ausgiebig beschäftigst und tief in dich reinfühlst und horchst und nicht immer nur auf den Mist von außen hörst, sondern wirklich mal in dich gehst und dir die Frage stellt, was ist meins? Was liebe ich zu tun? Und sich auch mal trauen, in diese Richtung zu denken. Und nicht diesen inneren Kritiker ständig den Raum zu geben, der sagt, nee, das ist gar nicht möglich, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Nein. Glaube deinem Gehirn nicht, es lügt. Oder so, ja. Ja. Und vielleicht noch abschließend würde ich noch gerne zwei Schlüsselsätze mit auf den Weg geben, die auch was mit diesem Thema, was wir heute hier, oder was ich jetzt versucht habe, darzulegen, zu tun haben. Der wichtigste Satz im Umgang mit Kindern, ob es nun bei den Eltern ist oder auch bei den Pädagogen, lautet Bindung vor Weisung. Erst die Bindungsbeziehung und dann kannst du, wenn du die Bindungsbeziehung zu einem Kind hast, die baust du in der Weise auf, dass du das Kind anschaust, es anlächelst, es vielleicht noch mit seinem Namen ansprichst, dann hast du eine Verbindung. Und wenn das Kind sich dir zuwendet und auch zu dir Vertrauen bekommt und wenn du nett und freundlich zu einem Kind bist, baut das Kind Vertrauen auf. Jedes Kind macht das. Dann kannst du dem Kind auch Weisungen, sprich Wissen vermitteln oder Dinge vermitteln. In dem Moment, wo diese Bindung aber nicht da ist, weil die Bindung vielleicht auf einen anderen Menschen ist, wird es von dir nichts annehmen können. Also kümmere dich in erster Linie darum, versuche nicht, dein Kind zu dressieren, versuche nicht, dein Kind durch ewig langes Monologe zu erziehen. Alles dummes Zeug, was ich manchmal so sehen muss, bringt nichts, bei Kleinkindern sowieso nichts. Lebe es vor und baue eine Bindungsbeziehung zum Kind auf. Das ist das Wichtigste. Das Kind sieht es dann, orientiert sich an dir, akzeptiert dich als natürliche Autorität und wird dich nachahmen. Das ist einfach so. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, noch ein wichtiger Schlüsselsatz, der lautet, Beziehung ist wichtiger als das Verhalten. Wenn ein Kind sich also komisch verhält, aggressiv ist, wie auch immer, stört, dann tadel nicht das Verhalten, sondern frage dich, was stimmt jetzt gerade in der Bindung nicht? Oder aber hat das Kind gleich ein anderes Bedürfnis wie Hunger, Bewegungsdrang, was gerade nicht gestillt wurde? Oder dann muss man sich erstmal darum kümmern oder die Windel ist voll oder was auch immer. Aber die Beziehung, die Bindungsbeziehung ist wichtiger als das Verhalten. Leider ist es heute so, wir haben einen Verhaltenstressur-Ansatz, einen verhaltensteuernden Ansatz, der also mehr das Verhalten kritisiert und ein aggressives Kind eher tadelt und bestraft, statt zu verstehen, dass hinter der Aggression folgende Kausalkette ist. Hinter der Aggression ist immer Frustration und hinter der Frustration ist immer Traurigkeit und Einsamkeit. Und wenn ich dieses Bedürfnis adressiere, dann löst sich auch die Aggression auf. Und damit fülle ich im Grunde, dann sehe ich den Menschen so, wie er ist und was er eigentlich wirklich braucht. Er braucht einfach nur Aufmerksamkeit und ich fülle ihm dieses Bedürfnis auf. Ich nehme ihn vielleicht dann in den Arm oder was auch immer. Und wenn es gut läuft, wird er auch weinen, weil dann hat er wieder Zugang zu seinen zarten Gefühlen, die wichtig sind fürs Nachreifen. Und dann ist die Bindungsbeziehung hergestellt und dann verändert sich auch das Verhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen eine Entwicklungs- und Bindungspsychologie statt eine Verhaltenspsychologie, die momentan noch sehr dominant ist. Das vielleicht noch mal abschließend. Weil es geht darum, wir müssen verstehen, was Menschen brauchen in ihrer Entwicklung, in ihren prägigen Jahren. Habe ich, denke ich, ausführlich dargelegt. Wenn wir das einem Kind geben, dann bringt jedes Kind sein Genie mit und lässt dieses Genie auch in dieser Welt entfalten. Verliert es nicht auf dem Weg, bis es 18 oder 20 Jahre alt geworden ist, durch diese ganzen traumatischen Einflüsse. Wir brauchen, sagen wir mal so, unsere Gesellschaft kann es sich nicht mehr leisten, bei den Problemen, die wir da draußen haben, so wie wir es jetzt heute erleben, mit Kindern umzugehen. Es kann sich eine moderne, reife Gesellschaft nicht leisten. Punkt aus. Oder Ausrufezeichen. Es geht nicht. Es geht nicht. Sonst haben wir keine schöne Zukunft. Ja, ich denke, die Zeit ist auch reif und auch wirklich passend, jeden jetzt auch an diese Themen zu bringen, also zu zwingen auch. Das heißt, aber der Mensch verändert sich dann, wenn der Schmerz wirklich groß genug ist. Ich denke, da wird jetzt auch jeder mit konfrontiert und ich bin gespannt, worauf das hinausläuft. Auf jeden Fall, ja, danke für deine klaren Ausführungen und ich, Raik, ich möchte dich mal einladen, dir vorzustellen, wenn es jetzt nur drei Botschaften gäbe, die du der Welt, den Zuschauern hinterlassen dürftest, weil alles andere einfach sich in Luft aufgelöst hat. Welche drei Botschaften, Herzensbotschaften wären das? Na ja, ich sage mal, im Umgang jetzt mit Kindern habe ich ja schon zwei gesagt, Bindung vor Weisung, Beziehung vor Verhalten. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Liebe ist Wahrheit und Wahrheit ist Liebe. Das könnte ich jetzt noch sehr lange ausführen, was ich darunter verstehe, aber will ich jetzt an dieser Stelle nicht machen. Weil wir werden auch dazu noch, wie bitte? Bei mir kommt es an. Okay, das ist schön. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich wirklich die Möglichkeit hätte, zur gesamten Welt zu sprechen, würde ich mir vorher noch mal ein paar andere Gedanken machen, weil das ist wirklich natürlich schon, wäre eine Gelegenheit, die würde ich nicht dem Zufall überlassen. Und da würde ich meine Worte noch klarer oder noch weiser wählen. mir ging es ja jetzt primär um die Kinder, bei dem, was wir jetzt hier besprochen haben, weil es geht immer nur um die Kinder. In jeglicher Hinsicht. Und es geht eben um die Eltern-Kind-Beziehung. Wenn man das verstanden hat, egal in welcher Kultur wir jetzt groß geworden sind, es geht immer um Eltern, die haben Kinder und die Kinder wachsen in der Obhut der Eltern auf. Und irgendwann sind sie dann selber Eltern und nehmen dann das mit oder geben das weiter, was sie mitbekommen haben. Und wenn du mir merkst, was dabei rauskommt und am Verhalten siehst du es ja, dann sollte man sich die Frage stellen, in welchem Kontext sind diese Kinder groß geworden und geprägt worden. Ja. Und ich glaube, wenn wir da mehr Menschen sensibilisieren, und zwar Menschen aller Couleur, es können Leute sein aus den Fachbereichen, es können Ärzte sein, es können Kinderhärzte sein, Therapeuten sein, es können Mütter, Väter sein, es können Pädagogen sein. Einfach mal dieses Thema der Bindung mehr in ihren Fokus, in ihre Arbeit zu integrieren. Noch viel mehr, als es bis jetzt gemacht wird. Es wird ja schon hier und da gemacht, aber noch viel mehr flächendeckend. Also ich würde mir eine Diskussion über dieses Thema in der Bevölkerung wünschen, wie wichtig Bindung ist. Weil Bindung ist Liebe. Liebe ist Verbundenheit. Und ich würde mir auch wünschen, dass das Mütterliche und das Weibliche noch einen viel besseren Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, weil das Urweibliche ist die verkörperte Liebe. Und die verkörperte Liebe ist das, was alles verbindet. Und wir leben in einer traumatisierten Gesellschaft, in der alles gespalten und getrennt wurde, weil Trauma ist Spaltung, Trennung. Und wenn wir Trauma und Spaltung überwinden wollen, brauchen wir Verbindung oder Verbundenheit. Und das ist Liebe. Und die Liebe wird durch das Urweibliche verkörpert. Aus Druck in der Mutter-Kind-Beziehung. Da finden wir dieses Urweibliche und dieses Verbundenheitsgefühl wieder. Und diese Beziehung müsste auf ein Podest gehoben werden und viel mehr geachtet werden. Damit würden wir alle Probleme, die wir momentan, oder sagen wir mal, die meisten Probleme, die wir heute auf der Welt haben, würden wir damit lösen. Definitiv. Einfach, wenn nur mehr Menschen dafür ein Bewusstsein haben. Mike, ich glaube, ich habe den Eindruck, du bist dir nicht wirklich zu 100 Prozent bewusst darüber, was du gerade gesagt hast. Also auch mit dem dritten Punkt, Liebe ist Wahrheit. Und ich kämpfe schon wieder mit den Tränen. Ich bin zutiefst berührt. Und ich wünsche mir auch dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, das bedarf auch noch mal einer besonderen Beleuchtung. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses bereichernde Gespräch und auch all den Zuschauern, die es geschafft haben, bis zum Ende dran zu bleiben. Und ich habe eine dringende Bitte an euch, wenn euch das in irgendeiner Form gefallen und geholfen hat, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch und schreibt auch gerne Kommentare oder Fragen, denn damit unterstützt ihr den Algorithmus und damit diesen Kanal beziehungsweise meine und Streiksarbeit. Und bitte teilt dieses Video auch so oft ihr könnt mit all den Menschen Kanälen, von denen ihr den Eindruck habt, das könnte jetzt irgendwie wichtig für sie sein oder sie könnten auch dafür offen sein oder teilt es auch, wenn ihr nicht den Eindruck habt, dass sie offen dafür sind, ist mir egal, denn es ist so ein wichtiges Thema und ich denke, das ist so deutlich geworden heute noch. Noch mal und zusätzlich möchte ich anmerken, wir haben ja seit Anfang des Jahres dieses wundervolle Video-Podcast-Format Die Gesundheitsrebellen und das verlinke ich euch nochmal in den Shownotes und ansonsten freue ich mich auf all eure Rückmeldungen und Fragen und ich wünsche euch für heute erstmal alles Liebe, lasst es auf euch wirken, lasst es sagen, seid artig und lieb mit euch und bis zum nächsten Mal, eure Marion und danke Raik. Sehr gerne.